Hey Leute und seid herzlich willkommen zu meinem Kanal. Mein Name ist PeakingWeapon, ihr könnt mich aber auch Dunker nennen, ganz einfach. Und ich möchte euch herzlich zu meinem allerersten Let's Play und Projekt begrüßen. Mein erstes Spiel ist Alan Wake, was ich mal 2013 mal gekauft habe, einmal durchgespielt habe und dann nicht mehr angefasst habe. Ist aber auch ein recht geiles Spiel, muss ich wirklich sagen. So, Schwierigkeitsgrad spielen wir nochmal, weil ich bei leicht, da ist aber auch so schnell. Ich bin Alan Wake, ich bin ein Writer. Ich hatte immer eine vivide Imaginung, aber dieser Traum unsettelte mich. Es war wild und dark und weird, sogar bei meinen Standards. So, ja, es begann mit einem Traum. Was? Ich habe den Hitchhiker gesehen, zu late. Er war tot. Ich bin überzeugt, dass sie mich in den Jäuel bringen würden, und ich will nie wieder Alice sehen. Magik ist weg. Suddenly, sein Körper ist weg. Folge 1, Halbtraum. Ich war in Schock von dem Crash. Ich konnte gar nicht auf meine Füße stehen. Oh, sehen Sie zum Scheinwerfer auf. Mit her, rechts. Drehen Sie die Kamera. Steuerung umkehren. Nach oben, nein. Sekund, Kameraeinstellung, der Anzeige. Näh, zu schnell. Mit links laufen wir. Halten von LB. Gedrückt, um zu rennen. Ja, von da kommen wir. Er ist jetzt... Ich habe gerade von dieser Richtung geflogen. Aber jetzt wurde die Straße geflogen. Ich musste zum Lichthaus gehen. Ich wusste, dass es etwas wichtiges war, mich da zu warten. Wie ihr seht, es ist zugemacht. Komischerweise. Ja. Rennen wir mal nach vorne. Rennen wir weiter. So wäre es richtig. Komm schon, Ellen. Laufen, 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 laufen. Rennen wir weiter. Der Brot hat erlös. Ich muss noch einen anderen Weg finden, in der Lichthaus. Du kennst mich gar nicht, hast du, Reiter? Du denkst, du bist Gott. Ellen, lauf! Lauf, lauf, lauf und spring! Jo! Ja, ausweichen. Ey! Komm, komm, greif an, greif an. Aua! Ey! Nein! Ich habe das Gefühl, der Hitchhiker war ein Charakter aus der Geschichte, in der ich gearbeitet habe. Ja. War noch recht einfach. Wird aber schwieriger. Keine Angst. Wie fühlt sich das Gefühl zu sterben, bei den Händen der Europäischen Union? Ja, ich würde mal sagen, lauf! Lauf, Ellen! Lauf! 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 Uuuuuh, sauge! Ja! Mal schauen, ob es dir noch was gibt. Sauge dir durch! Ja, ich kann eigentlich nicht erwarten. Aua! So, jetzt! Seid die Lichter. Du bist verletzt. Du solltest in die Lichter gehen. Du bist nur sicher da. Oh Gott. Ja. Wenn das immer so einfach ging. Och, ich hab gar nicht gesehen. Nein! Nice! Je länger wir das einfach so halten. Zum Beispiel, wenn man so einfach hält, geht das recht langsam. Deswegen kann man das einfach ein bisschen verschneller. Wenn man das so konzentriert. Verbraucht auch Energie. Eine Waffe! Ich bin der Waffe! Jetzt werden wir die Hände. Jetzt werden wir die Hände. Ops! Du hast gut gemacht. Erinnerst du was ich dir. Das ist alles. Ich werde dir deinem Wunsch zurückgeben. Nein! Verlust mich nicht. Eine Schmerz. Eine Schmerz. Eine Schmerz. Eine Schmerz. Eine Schmerz. Eine Schmerz. Eine Schmerz war die Welt. Die Lichter war der letzte Schmerz auf der Erde. Äh! Nehmen wir ein Bisschen Munition. Du hast mich diesen Weg gemacht, und jetzt werde ich dich победieren. So! Das ist Szene. Nein! Nein! Ah, lauf einfach. Gibt's nichts mehr. Lauf! Ja, ja. Jawoll! Oh! Erwischt der uns einfach. Ich dobs mich. Lauf, Ellen, lauf. Oh je. Ellen, mach nicht schlapp. Jump! Ja, ich glaube wir sollten laufen. Lauf. Ach, das ist ja noch langsam. Tami, ich komme. Los, 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 los. Jawoll, der muss verschippen. Da ist das Licht. Ja, ja, ja. Mein Geschwind. Sohn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das denn? Ich Idiot Was ich da gerade geguckt habe Ich habe da bei meinem zweiten Bildschirm Irgend so einen komischen blauen, leicht blauen Punkt gesehen Das war eigentlich nur das, was ich gesehen habe Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt Ja, ich werde dir einen Titel für den Bildschirm Ein Cityboy Moments bevor er hat ein Beard Hi Hi Ich bin der night host At der local radio station Any chance I could get an interview? Look, Mr. Main I'm on vacation In fact, I'd appreciate it If we could keep my being here Just between the two of us I'm sure you understand Fair enough You can trust me You can trust me to be this Not a hard man to track down If you change your mind, though I hope you two have a lovely holiday Okay Very nice I got a couple of really good ones And I see you made a friend That's cute Right Ring ring Yeah Hey, bestseller How's my favorite writer? Are you there yet? Barry Yeah We just got here Are the locals giving you trouble? Just say the word And I'll hop on a plane And come make sure that you're left alone now No, Barry, we're fine Great, great Just want to make sure you can relax And recharge So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry We're just settling in Okay, Al I'll call back later To make sure you're doing okay And you call me If there's a problem, okay? Okay Just looking out for you, buddy Talk to you later I love you too, Barry Let's see who has the last laughs You know he's going to be calling you Every five minutes Barry is Barry I can always turn off the phone What did I tell you? Text message from Barry He says hi to you too Alan, we're here Come on, let's get back to the car We can't get back to the car So, good I'm going to the car We came back to the car We have to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord A Mr. Carl Stuckey He's waiting for us I'll go fill her up Or you get the key I'll pick you up here in, say, 15 minutes Sure Alan, thank you for coming here with me I love you too Go on I'll promise to behave I've forgotten there were still places like this Towns where everybody knew everybody Welcome to the O'Deer diner Hi, I was wondering if you could help me I'm looking for... Alan Wake Oh, God I am your biggest fan I know people say that all the time But I really am I'm glad to hear that Rose Rose I'm looking for Mr. Stuckey Carl Stuckey Carl? Of course, Mr. Wake He must have gone to visit the restroom He'll be back in a moment I can't believe it I've got all your books I got the cutout from the bookstore When they took it out of the window And you keep it here Well, okay Good for you So, Leute Es wird Zeit Ich muss jetzt leider aufhören Sonst wird das hier zu lang Mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet Wenn es heißt Let's Play Alan Wake Bis dann Bis dann